Bullerbue in Fleestedt, herzlich willkommen! Wir haben ein schönes Einfamilienhaus mit vier Zimmern, knapp 80 Quadratmeter Wohnfläche, eine große Werkstatt und viele andere Kleinigkeiten, die ich euch jetzt zeige. Kommt mal mit! Auf dem Grundstück finden wir in mehreren Orden die Möglichkeit eine kleine Verschnaufpause einzulegen, wie hier. Auf dem ca. 860 Quadratmeter großem Grundstück habt ihr jede Menge Platz, euch selbst zu verwirklichen. Ich würde ja so eine Wildblumenwiese ansehen oder einen Pool aufbauen oder vielleicht noch ein zusätzliches kleines Häuschen. Für das Sommergewitter oder den Schauer zwischendurch setzt ihr euch einfach unter diesen wunderbaren Freisitz. Zusätzlich zum Haupthaus gibt es noch Nebengebäude, wie dieses hier. Da kann man eine Sauna reinbauen, Gäste unterbringen, was auch immer euch einfällt. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. Das Autopark, der übrigens sicher und trocken in der Garage, die rundet den Eindruck hier auf dem Hof auch sinnvoll ab. Bis zum Haupthaus.